hallo da sind wir wieder bei einer neuen folge von battlefield bad company 2 mit dem locken ja ich bin auch hier und er hier auch als quad geklaut ja wurde es bin hinter dir bin hinter dir wir versuchen mit den äußerungen etwas zurückzuhalten ja letzte folge hat ein bisschen eskaliert irgendwie keine ahnung ja kann ich auch nichts zu tun habe ihn kaputt gescheuert schuldigung der abschaft ich habe gerade gebraucht hallo hast sehr jawohl man voll wegfällst da dafür bin ich jetzt der tot ja jetzt bin ich tot weil die städte am mg gut ja etwas die oder hinter dir das ist nicht unser panzer darunter nur so zur info hallo ich habe noch hingesehen direkt vor der tür bei uns ja mach mal ja habe ich schon läuft down beschädigt oh mein gott echt ohne witz muss es sein verpiste ich meine die hier starte reinkommen war junger vater ja bin tot da steht der panzer da bin wieder gelebt woche okay ich versuche zu dir hoch zu kommen drohne mein freund drohne ist das zauber wort ja dann gehen wir dabei jawohl dann geht mir auf den konzern der fertig aber kann scheiße okay irgendwie wollte man durch den griffgarten nicht ja die drohne die kommen bald hoch aber ja und hinten bei b treppe haus ist kiel ich mach mal annäherung Da hat er einen vom Quad geschossen! Jawoll! Sauber! Ok, Treppenhaus ist... Messerst du hier rum? Nein. Ok. Treppenhaus ist immer noch clear. Unter uns, Panzer, Panzer von hinten! Was heißt von hinten? B, B, Richtung... Ah, bin weg! Seite, 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 Treppenhaus, Treppenhaus! Abgenommen! Zu spät, sorry! Ich war zu spät. Ich bin bei B rausgekommen. Nein, direkt wieder bei C, jawoll! Komm jetzt an ihn da, ja! Den holen wir uns, der da oben war! Wenn er nach oben ist! Ich tipp schon! Hört sich zumindest so an! Ja, er ist im Treppenhaus! Haben! Den dämm ich aber auch! Ja, ist safe! Hm? Der ist down! Ich bin mit der Drohne unterwegs! Geh, gib mir Rückendeckung also! Ja! Ich schaue ich dir auch mal auf! Ich bin dabei! Ich bin gleich down! Na! Die sind hinter bei der Holzstämme! Und direkt vorne! Beim Geschütz! Den am Geschütz habe ich! Boah, ich bin runtergefallen! Da kommt ein Panzer! Sauber! Gerade wenn ich runterfalle! Gute Aktion! Gute Aktion! Ich bin da mit dem G vorne! Ah, ok! Im Wald! Links von den Holzstapeln! Nur kurz nachladen! Hast du mich im Blick? Hm? Hast du mich im Blick? Der hat mich da cool! Auf dem Dach? Ja! Ja! Ja, im Treppenhaus! Sieben? Ich habe gerade gesehen! Ich weiß aber nicht wohin ist! Hinter dir! Der ist schon drin, glaube ich! Der ist im Treppenhaus! Der kommt runter! Der kommt runter! Los! Ich dachte doch, dass hier genau neben mir einer steht! Ja! Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt! Level 50! Ah! Lolo! Ok! Ich bin hinter dir! Hier war gerade der 50 irgendwo! Er messert uns jetzt wahrscheinlich alle! Naja! Ich gehe durch den Wald! Los! Da war gerade eine rote Schussspur! Ja! Das ist dieses Markierer! Ah, ok! Die Markierer! Die Druckluftwaffe! Mhm! Da damit kannst du Fahrzeuge zum Markieren! Ah! Hab einen Down! Ja! Habs gesehen! Fressene Eckschosse! Was? Oh! Sorry! Ja! 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 Ich habe sie bis hier! 40 Millimeter! Granate! Und vorrücken! Lauf! 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 Ich werfe eine Handgranate! Ich komme von der anderen Straßenseite aus! Ok! Und B! Achtet drauf! Seite und so! Ja! Boah! Genau unten an der Flakke steht er! Ja! Ja! Ich... Ja! Mann! Ich hing fest! Shit! Ich hing an zu nem scheiß Reifefest! Ich hätt'n gehabt! Ich hab' mal auf 17% down! Ok! Ich gleich wieder bei C rein! Gleich spiel' nochmal! Los geht's! Ah! Jetzt bist du Sniper! Ja! Das ist... Das ist... Unvorteilhaft! Oh! Alter! Spiel leckt! Tschüss! Hat mich aber eiskalb mit dem Nageltacker über die halbe Map gekriegt! Vorsicht! Stopp! Bleib stehe! Bleib stehe! Bin hinter dir! Ja! Da gerade aus vorne steht einer! Ja! Und von links kam was! Äh... Fältig! Bei der Hütte! Junge vorder die mit ihre verkackte Mini-OZ-Teile da! Ja! Steht einfach nur hinter dir! Pff! Tot! Klasse! Super! Klasse! Super! Ah! Kleiner Kaffeineid! So gedaan! Bissin hyper... What the fuck! Alter! Wollt mir gut 40mm schminken! Hat... Ist da einer oder was? Ja! Wo? Im Treppenhaus! Jetzt auf dem Dach! Wartet! Den hole ich mir! Ja! Da waren wir grad! Da ist er! Komm her Mann! Hast ihn gemessert? Ja! Sehr schön! Ich nehm die Drohne! Hinter dir ist noch ein Medifact! Ja! Gib mir Deckung! Unten oder oben? Was? Ich sag die Deckung! Ja! Aber hier im Haus sind doch keine! Schande alter! Jetzt voll geschmisse! Die sind echt fix die Drohne runter zu holen! Ja! Mir war das angeschossen! Ja! Aber ich weiß nicht von wo! Boah! Bist du down? Ja! Ja! Level 50! Wo? Ganz links bei B! Komm auch wieder rein! Ja! Ich mach erstmal Annäherung! Lass mal wissen! Gib Deckung! Ja! Der rennt bei B rum! Irgendwo! Ja! Ja! Der ist schon dahinter! Haben! Okay! Ja! Der durfte gleich wieder kommen! Ja! Und? Ist auch noch mal einer an der Ecke? Ja! Ist markiert! Ich hab einen anderen markiert! Die sind jetzt alle an der Ecke da drin! Ja! Ich muss nachladen! Ja! Viel Spaß! Mit dem Bomberangriff! Hehe! Jawoll! Einen hab ich! Ne! Ich hab keinen erwischt! Äh... Ich komm als... Sunny rein! Treffer! Hallo! Ja! Ich komm als Sunny rein! Und geb dir dann immer hier... Reboot, ne? Ja! Falls es dich mal wegschnitzelt! Mhm! Hier wird gesnipert! Ja! Aber ich hab's nicht genau gesehen, woher! Haus! Haus? Ja! Irgendwo aus der Stadt! Boah! Luft im Griff! Okay! Warte! Warte! Nein! Ich bin auch weg! Ja! Ich bin auch weg! Ja! Das bringt so nix! Du gehst wieder als Sunny rein! Ja! Alles klar! Wo war der? Keine Ahnung! Ah! Hinterm Zaun! Also ich... Ich schleiche mich jetzt zu... zu B rüber! Wenn ich's schaff! B? Ja! Geht's eher gesagt A? Nee, B! Okay! Dahinter rennet nämlich irgendwelche Sniper durch die Gegend! Okay! Ja! Genau! Der Sniper! Wo ist der? Im Haus hinten! Bei B? Bei B? Up and down! Okay! Ich brauche kein Sniper-Rifle mein Freund! Ich schieb dir auch so meine Knarre in den Arsch! Hahahaha! Entschuldigung! Ja! Ich weiß! Wir nehmen ihn auf! Dahinten kommen sie! Wo ist der hinten? Bei B! Alle bei B! Bei B kommen sie! Ja! Bei B kommen sie! Ja! Und zwar ziemlich viele! Sunny! Bin bei B! Container! Der umgekippte! Ach! Scheißegal! Ich spawn bei dir! Ja! Geile Idee! Alter! Bei dir zu spawnen! Auf jeden Fall! Ja! Bin tot! Wie wäre das wenn du mal sagst so Aho! Schlechte Idee! Aho! Schlechte Idee! Schlechte Idee! Idiot! Okay! Ich spawn wieder bei C! Lauf vor zu B! Hab einen! Ja! Hab Hilfe bekommen! Da ist auch noch mal einer! Da im Wald oder was? Da im Waldstapel! Den Messer ist weg Junge! Da ist gar keiner mehr! Unten ist da für jetzt einer! Wo? Müsst jetzt hochkommen zu B! Wir haben uns gegenseitig bis ins Gesicht geschossen! Er hat aber komischerweise noch 100%! Das ist auch ein B! Ja! Ich spawn bei dir! Boah! Super! Komm nicht zu mir! Klasse! Sind ja auch nur 3 Stück hier! Wuhu! Ich leb wieder! Und bin wieder tot! Ja! Ich jetzt auch! Boah! Einen konnte ich wenigstens noch mitnehmen! Boah! Crap! Jetzt bist du schon wieder da am schneiblen! Ja! Ja! Jetzt kommen sie aber! Aber hallo! Uah! Bin weg! Sniper! Sniper! Level 50! Oh oh! Ich befürchte du bist auch gleich tot! Im 8. Luftangriff! Nur so zur Info! Echt? Ich hab's in der Killcam gesehen! Danke! Kein Thema! Ja! Wie ich's wusste! Alter! Drecksau! Boah! Der ist ständig in Bewegung! Ja! Ah! Von der Seite! Irgendwo von der Seite! Ah! Medipack! 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 Ich bin kein Sunny! Boah! Junge! Jetzt braucht man dich mal! He! Hat er nicht mal Medipack im Start! He! 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 Wow! Wie! Wow! Waa! Straße! Ja! Ich weiß! Du solltest mal als Sunny wieder mitkommen! So bringt es nicht arg viel! He! 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 Die rennen gerade alle links runter! Ja! Ich weiß! He! 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 Bei einem Rücken geschossen! So was mag ich nunmal gar nicht! Oh! Alter! Ohne Witz! Was hat denn meine Maus heute? Hm? Meine Maus hängt... Oder... Oder hängt Spiel? Ja! Spiel ruckelt schon ein bisschen! Hat grad voll ruckelt bei mir irgendwie! Komisch! Egal! Das zählt nicht als Ausrede! Scheiße gespielt hat! Scheiße! Ich weiß! Ich nehm auf! Boah! Junger Faber! Geh die ab! Wanker! Leck mich am Schuh! Komm ich halt auch mal als Aufklärer rein! Eine! Naja! Man muss das ja auch mal gemacht haben! Boah! Was denn? Ich glaub ich grad beschäftigt ein Messer sein, dann knallte ich ein anderer nebenher ab! Wer ist da oben ein oder was auf dem Dach? Ne aber unten! Beim Container, beim grünen rechts sind zwei Stück! Ja! Genau bei dir! Ne echt jetzt? Ja! Hätte ich jetzt nicht da ein Dach! Ich spawn bei dir! Ja! Ja! Bin da! Hier ist grad einer Grund! Okay! Ja! Ich bin tot! Auf dem Dach! Die kommen rein! Die kommen rein! Ja! Ja! Ah! Ich bin heute echt kein Aufklärer! Das.. Das ist nichts! Wo sind die auf dem Dach? Die sind unten! Ach unten! Ja! Ich hab einen umbracht, er mich auch! Scheiß egal, aber ich hab einen weniger da unten! Okay! Wir holen C wieder! Ja! Ich bin grad unten und hole C mit! Ah! Ich bin weg! Ich auch! Sniper! Level 50! Ne! Der Milo! Boah! Krass! Heftiges Gefecht! Ja! Doch! So! Wir holen C wieder! So gut es geht! Boah! Boah! Boah even! Boah! Boah Un dann 38g! 740 fulminante Punkte! fast 1300 punkte verabschiede ich mich hier mit den elend und durchfall